so nach einer langen zeit immer wieder unterwegs hatte viel zu tun wusste nicht wie was wo und jetzt bin ich irgendwo habe ich sage euch noch nicht wo ich bin sieht das hier vielleicht kennt ihr das schon der ein oder der andere wollte ich euch mal das zimmer zeigen dass wir haben wir sind jetzt hier acht tage acht tage interessant hier ein kleiner table fernseher fernseher deutsche sender und schöner stuhl hier mini bar was gibt es hier so viel wow aber dafür haben wir wasser und zwei gläser nicht rauchen hier der riesen fernseher hier schau dir das an 19 kilometer im durchmesser aber das wichtigste ist das hier ich wollte eigentlich ein ganzes bett ist ein halbiertes bett aber egal das was kommt ist das